Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei The Division, yeah, und mit dabei ist wieder Onkel, geh mal checker P. Ja, ich, ich muss, irgendwie, ich, ich feier immer dieses yeah, ja, ich kann mich da nicht dran gewöhnen, dieses yeah, als wenn es das Überspiel überhaupt wäre. Das macht er aber bei jedem. Herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront, yeah, herzlich willkommen zurück zu dem yeah. Ich hab noch ein bisschen besseres Spiel gesehen, das ist das Spiel überhaupt. Und wenn das, wenn das, wenn das sich anstrengt, das Lustige ist, du wirst mal, obwohl das ist verteilt, also wenn er sich dann anstrengt, am Anfang den Titel nicht zu sagen und das yeah wegzulassen, dann macht das meistens und der Onkel ist wieder bei yeah. Okay, ja, würde ich sagen. Wir zocken eindeutig zu lang zusammen, ja. Yeah. Kann aber nie genug sein. Kann aber einfach nie genug sein. Eben. 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 Hast du schon irgendwas angeklickt? Ich störung-mäßig oben. Also, siehst du doch da oben auf dem Männchen. Ja, ich sehe schon die Störung. Eben. Ja. Eben. Eben. Die Stöber, das war doch immer. Ich schwelg's immer auf. Die ist richtig fertig mit der Welt. Oh. Ja, der schießt so natürlich bestohlt. Eben. 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 Du musst nochmal dein Knöpfchen drücken, dann geht's weg, Onkel. Dann ist... Geil. Ich will das Ding mal in Aktion sehen. Bitch, bitch. Der hat doch gerade... Der hat doch gerade die zwei Typen erledigt. Und ich habe auch mit drauf geschossen. Ach du. Nur das Ding. Mhm. Da ist eine Frau, die will was. Ich bin überwältigt. Die ist überwältigt. Die ist überwältigt. Aber weißt du, was mir auffällt? Es könnten mehrmals so... Könnten noch mehr solche kontaminierten... Äh... Bereiche dabei sein. Zwischen. Und noch. Bestimmt. Andere Viertel... Andere sind... Warte mal hier so. Hä? Rechts zeigt es mir an, dass es hier Elektro-Teile gibt. Aber links ist doch der Elektro-Laden. Hä? Na ja. Mal hier reingucken, ob da was bestimmt was gibt. Da hier drinnen wird's was geben. La 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 la. Jo. Ein Koffer. Energie. Energie sag ich schon. Medipack. Ich kann nicht aus. Aber rechts ist auch ein Laden. In der Ecke. In der Ecke ist der Laden. Ja. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. In der Ecke ist ein kleiner Laden. Was haben wir das denn geholt? Warum renne ich denn jedes Mal in dem Raum hier hinter? Die rennen ja alle nach. Weil... Weil... Normalerweise ist ja hier eine Geisel. Ne? Hier in diesem einen Raum, der zu ist. Hm. Das ist immer derselbe Raum. Das ist immer gleich aufgeteilt, dieses Ding. Sobald die Geisels... Wir die befreit haben, lässt die... Lässt die sich wieder fangen. Ich geh da hin. Ich geh da hin. Ach komm jetzt, komm. Ich geh da jetzt hin. Na dann. Na dann, wenn er das macht dann. Weil... Elektroteile sind heilig, ne? Heilige Elektroteile. Das jetzt nicht unbedingt, aber... Warte doch. Was macht Hatma? 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 So, hab's alles. Rabadan. Habt ihr alle Elektroteile? Hatma. Oh, dentro. Sie machen die Angst. Achtung. Wie ich mach die Angst? Achtung, Clean-O. Oh. Warte, ich mach... Warte. Ich tue mal ins Geschütz hin. Ja. Und los geht's. L- uck, ich mach mal so. Un, wov' is den hier L1? Oh. Doch, da gucken wir alle wieder neue Energie. Akku non, ist... auch dass die mit ihrem Planwerfer sich die Stadt gehen und einfach Leute abwackeln ob die jetzt gesund sind oder nicht, ist scheißegal, die facken alles ab also meine meine zweite Fähigkeit, wenn ich da L1 drücke, was ich gemacht habe ja, dann heizt uns alle ähm, genau das stimmt ja auch erstens mal da und zweitens mal, ja, wundere ich mich, dass du das mal nie benutzt hast wie Elektro-Teile das ist doch der Laden, mein Gott echt? Nein, crazy, das ist ein anderer ich dachte, weil der war doch da hinten ja pass auf jetzt, pass auf, duck dich da hin und jetzt guck mein Geschütz an, pass auf erledigen wir den Job erledigen oh, das geht aber gut ab das trifft du irgendwie nicht ja doch, zieht immer neun 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 Platzpatron also bei fetten Gegners ist es glaube ich boah, schon wieder ein Cleaner oder was? ja, jetzt haben wir die freigeschalten, ne? ich glaub, wir sind nicht ganz clean die Jungs ich glaub, wir sind nicht ganz clean die Jungs clean 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 die considere gaaah irgendwo ist noch einer känense, die Freiheit nehme ich mir da Ja, da sind noch mehrere, mein Freund. Die ganze Cleaner-Familie hier. Die vermehren sich. Ja, dicker und doofer. Au, da ist irgendwo ein Sniper. Wir haben hier jetzt irgendwas entdeckt. Da ist ein Sniper, oder so? Wir haben Agenten entdeckt. Agentenspuren haben wir hier. Habe ich das? Der Feuerwehrmann ist tot. Der Feuerwehrmann ist tot. Ah, der Feuerwehrmann ist tot. Das ist ein Sniper. Der kleine Agente. Unschheiß zum Führungsschutz. Auch nicht abwärts der Produktion. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das war's. Wo denn ist das Miss? Das nächste. Stimmt mal links drin, oder? Eine, die Gasse. Ja, ja. Einer fängt an, Janemanns nach. Nee, mach du das, naja. Du unkoordiniert mit irgendwas machen. Ja, hauptsache Melodie und Krach aus dem Mund. So, blablabla. Okay, ich mach mal ganz kurz das Scanner, weil hier alles blendet. Ah, siehst du dahin? Ah, siehst du dahin? Ah, Kleiner. Ich bin mittlerweile schon eine richtige Kleinerfamilie. Sie liebt, äh, nicht alles. Oh, war einer, der wartet gar nicht mehr, bis wir in Stellung sind? Nö, der ballert einfach. Ich hab gewartet, bis wir in Stellung sind. Ich hab gewartet, bis wir in Stellung sind. Scheiße. Das war geil. Ey. Kalt, hier ist es. Du wartest nicht, bis wir in Stellung sind und dann sagst du, ja, ich hab gewartet, bis die in Stellung sind. Ja, passt absolut zusammen. Ach so, hier ist die Akte, die ist schon hier. Die Akte Jane. Besser waren wahrscheinlich hier auch Gegner. Vielleicht. Gegner. Kann sie nicht nehmen, weil Rivano... Ja, wie so ich? Ich, wie, wieso ich? Ja. Könnte immer nur einer oder irgendwie. Ja, frage ich mich auch manchmal. Wieso immer du? Hm, ich hab gewartet, bis die Stellung ist in der Stellung. Warte mal, hier ist irgendwo eine Kiste. Nein. Ich kann schon wieder. Ich komme. Wollen wir da umkommen. Ist schnell. Habt ihr mir was übergelassen? Was zu legen hier? Nö. Ah, ne Knarre. Nö. Oh, wow. Nö. Nö. Aber das ist, äh... Okay, das klingt aber gut. Und Händschuhe. Oh, da haben wir sogar ein bisschen mehr. Aber das hat halt hier wieder... 18 MP-Shot. Ich muss schon ein Magazin. Was hat meine eine für einen Bonus? Bin ich jetzt... Bonus! Das Wort habe ich die ganze Zeit gesucht. Wenn es um das ging. In den Jagdhandschuhen habe ich 18 MP-Schaden. Und 3,5 Impulsgeber. Kritischer Schaden. Und hier habe ich Sturmgewehr-Schaden. Kritische Treffer-Schaden. Ich habe immer eine Pistole. Diese Scheiße. Na komm, ne. Ich behalte meine blauen an. Das ist mir... Wenn ich unter 10 Meter kämpfe, dann mache ich 10% mehr Schaden an den Gegner. Das ist mein Talent. Unter 10 Meter. Ach. Ja, unter 10 Meter mache ich 10% mehr Schaden. Wow. Ja. Also wenn die Gegner vor mir stehen fast. Kannst du rechts mal... Geh mal weiter, oder? Ja. Ja. Ja, ich muss nur kurz modden. Gegenschmachro. Model. Du mal modden. Bleib du mal stehen. Crazy is a model. Ne, weil ich habe eine neue Pistole. Ach so nicht. Gut, da bist du kein Model. Ne, bin ich nicht. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass du nicht hinterher kommen willst? Ja, ich komme schon hinterher. Na ja, das wissen wir. Komm am besten mit dem Taxi. Wir wissen doch alle, dass Crazy nicht so gut hinterher kommt. Ich komme schon hinterher. Ich komme schon hinterher. Mach dir mal, Jacob. Irgendwann dauert ein bisschen, aber er kommt schon hinterher. Alles klar. Nicht, dass du hier ... 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 Nicht, dass du hier hinterher verläufst. Nein. Du musst links laufen. Bist du links? Immer links halten. Oh, was haben wir denn? Ja, wenn du den aber an sinnlosen Stellen ... Wenn du den aber an sinnlosen Stellen verarschst, klappt das dann später nicht mehr. Du musst du ... Du musst das ein bisschen ... Ne, das mache ich schon wieder geschickt. Bis die Situation wird kommen. Bist du ... Bist du mehr durch ... Durchdenken. Also bei gerader Strecke, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Aber ... Der wird's auch noch schaffen. Nein. Psss. Ohn, Hund. Ey, ich werd beschossen. Warte mal auf. Das war meiner. Das war meiner. Der Grazi war das. Darum, weil Punkte. Ey, du hast mir auf die Füße geschossen. Das gibt dir keine Probleme. Ich hab den, den ... Warte mal, gibts. Warte mal, gibts doch bestimmt noch was. Warte mal, warte mal. Gibt's doch bestimmt noch was. Gibt dir eigentlich keinen Schalter? So, jetzt hab ich auch einen Schalter. Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Nee, da gibt's nix. Ein Schwalldämpfer. Ah, okay, dann. Wir sind schon da. Wir sind ja fertig. Ist das alles? Seid ihr bereit? Deckung, Deckung. Leute, Deckung. Geht doch mal in ... Das gibt's doch gar nicht. Ribano, ey. Ach, die kämpfen. Die kämpfen sich untereinander. Das waren wir gar nicht. Ja, das heißt ja auch Waffenhandel. Ja. Deswegen konnte ich ja nix machen, weil die sich ja gepugelt haben. Das war keiner von uns. Ja. Warte, Warte, versteh das mit dem Deckungsshooter nicht. Na, geh doch mal hinter die Deckung, Junge. Da steht immer völlig frei dort. Ja, einfach aus dem Grund, weil ich besser tilten kann dann. Ich hab keinen einzigen Lebensenergie verloren. Du kannst, du kannst viel besser zielen, wenn du unterdecken. Wenn du unter Deckung bist du nahe so. Eben. Du kannst dich auch viel besser bewegen, weil wenn du stehst, find ich kannst du dich nicht so gut bewegen. Weil du sozusagen ne Panzerstörung dann hast. Ja. Ja. Hier ist ne Lootkiste. Oh, ich hab's bestimmt schon. JTF Verstärker angefordert. Erledigt das jetzt. Warnung. Gegner nähern sich. Irgendwo ist hier ne Autokiste. Ja, die Kiste nähern sich. Aber erstmal Gegner. Erprovisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Die Kacken. Das ist ja echt ne komische Schalter irgendwo. Der ist ja extrem laut. Das ist doch ein Schallmacher. Vielleicht hast du nen Mündungsfeuer, äh Mündungsdämpfer einwandeln. Ne, das hatte ich vorher. Oh, blum. Alter, aber grösliche Waffe klingt. Ultra. Cool. Die klingt ja geil. Das ist ein Gewehrschalter irgendwo. Und dann hab ich nicht. Aber das klingt geil. Klack, 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 klack. Ja. Ja, wieso? Weiß ich nicht. Oh, ich muss nachladen, verdammte Scheiße. Hab ich dir gerade Gegner weggeschmackt? Hier ist ne Notkiste. Ja, eigentlich. Ja, die habe ich schon eingesammelt. Ich suche dir auch Füllkiste. Die ist schon dahinter. Warnung. Sprengvorrichtung unredeckt. Wo kommt ihr? Oh. Oh. Wo kommen die denn? Dreckschweine. Sieben Minuten. Nach da. Da, da wo das rote ist. Die. Ah, ja. Oh mein Gott. So weit weg. Das ist die Merde. Die hört sich aber echt gut an. Die hört sich aber echt gut an. Das hört sich an, Alter. Hört sich gut an. Ah, das hört mir an. Ich bin los. Ne, doch nicht. Wie soll ich so? Ne. Ja, weil die auch geschossen. Ja, weil die geschossen haben. Ja, sie sieht schon wieder Geister. Warnung. Feindkraft in ihr. Ach, schön wieder. Oh Gott, ey. Was ist denn hier los, ey? Das improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Nein, wieder. Entschuldigung. 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 Ohr, da kam gerade in Katowin. Das ist der Gewährstall im Vorbergsdienst. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Ja, die Flügel sind gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Alles okay. Wir schaffen das. Irgendwo liegt hier noch Loot. Das ist doch bestimmt hier oben auf Melka gedrückt. Auf dem Dach? Ne. Ich sehe irgendwas. Warte mal. Hier. Hier ist was. Irgendwo. Die Lootkiste. Wo ist die? Ah, hier drinnen. Hä? Oder? Ja. Ich weiß nicht. Doch. Muss doch hier sein. Ach ja. Habs. Rewano meckert über mich rum. Ja, jetzt sucht er mir nicht selber einen Eingang. Ist wieder so, ist wieder so klar, dass ihr... Geht einfach mal um das Haus rum, leider. Geht einfach mal nach rechts um das Haus rum. Rewano meckert über mich rum. Äh, wo ist der? Rewano guckt grad was. Ja, 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 ja. Ja, ich guck grad was. Einfach mal um das Haus rum. Danke, Rewano. Findest du den Eingang? Ja, ja. Ich finde den schon. Irgendwann werden wir ihn schon finden. Ne, wir müssen einfach komplett rum. Über mich meckern, ne? Aber selber nicht finden. Nein, das ist einfach nur das Haus hier, aber... Das ist einfach nur das Haus. Hat vier Ecken, ne? So ein Scheiß aber auch. Das ist das Haus. Aber wo ist denn die Kiste? Hä? Nein. Ist aber immer trotzdem noch das Falsche. Das ist nicht das Richtige. Natürlich. Die Kisten sind jetzt weg, mein Freund. Wieso ist die weg? Das war doch eine Auffüllkiste. Nein, du wieso? Das waren keine Auffüllkisten. Quatsch. Hä? Ist immer? Ja, war schon richtig. Oh, was ist denn mit dir schon wieder los, Rivano, Alter? Nee, passt schon. War richtig, ja. Ich dachte, dahinter wäre auch noch was, aber man konnte über die Histen... Ey, jetzt wird er schon wieder müde. Ach, du bist so ein Weichei. Da fängt ich wieder an zu leilen, merkst du? Naja, bin ich schon wieder... Schlimme dir echt. Übelst müde. Armer Kerl. Äh, da wird noch was angezeigt. Armer Kerl, du Weichei. Scheißdreck, armer Kerl. Stoff, oder was ist das auf der Karte? Da musst du aber heute noch lange durchhalten. Hier ist Elektroteile. Ne, Stoff. Stoff, hast recht. Stoff, yo, hab ich. Diese gelben Dinger hier. Ah, ich dachte, das ist witzig jetzt. Ah, die ist hin. Stoff, Stoff, Stoff. Gib mir Stoff. Na. Richtig harten Stoff. Nimm alles. Ah. Yo. Lalalalalala. Puff. Was steht da? No standing. Okay. Bitte nicht Auto hinstellen. Okay, dann werde ich jetzt mal eine Mission angucken. Äh, anwählen, ne? Gibt's Toro. Was haben wir denn hier oben? Hm. Hm. Na. Ne. Ne. Wir sind hier oben. Ja, hier ist gar nix, ne? Ein Salesforce drin. Hier oben ist das Telefon. Hier hinten ist ein Freund von mir. Wer ist denn das? Sea Grenade. Ach. Ich würde Safe House nehmen, weil dann haben wir wieder Mission. Weil sonst haben wir hier nix. Na hier sind aber noch Telefonaufzeichnungen. Die nehmen wir dann natürlich mit. Ja, genau. Machen wir hier mal. Zack. Safe House. Ach das? Ich dachte das links. Da links oben. Aber da sind auch schon eine Missionen da. Oh, schön wieder Leute, ey. Was? Na. Nur auf dem richtigen Augenblick. So. Ich bin kein Schurke. Ihr seid. Hallo. Was ist denn? Wow. Das sind aber ne Menge. Voll daneben gehauen. Warum rennt denn der Zivilist da rein? Das ist jetzt da einfach. So. Ich will nur gucken, was passiert. Wutz. Der Zivilist aus. Wie will ich das auch behar' prize? Oh, schön. Immer dieses nachladen. laden es hat einer ab und dann hole ich mir auch Lut Lut Telefon ist hier hier ist ein Telefon hier ist ein Telefon hier ist Loot, hier ist Loot, hier ist Loot hier ist Loot hab ich gesagt ja warten alle ganz gespannt oder auch nicht weil das ist vorbei aber da war es doch nicht hier ist eine Loot Kiste weil sie die noch nicht gefunden hat ja die ist die ist bei mir ganz zum Schluss aufgeploppt wie war du zu Dreckstück hat mich voll weggedrückt was hab ich gekriegt hier wieder eine Waffe die mehr Kacke ist ich hab ja nur Mist bekommen ich hab ja nur noch boah ja gibt Bauteile aber ich muss dazu sagen ich hab aber auch Glück gehabt ne dass ich jetzt alles voll blauen Loot bin das zeugt für das ja na klar ich hab drei blaue Waffen ich hab einen blauen Holster ich hab eine blaue Rüstung ich hab einen blauen blaue Handschuhe der Rest alles alles blau ich hab ich hab nur drei grüne Sachen eine grüne Waffe einen Rucksack in grün und eine Handschuhe in grün sonst alles blau ja weil die die Attribute halt ne weil die Bonis gut sind die Talente die Talente ja und ich hab mich belesen die werden nicht da oben mit einberechnet das bringt mir aber nix wenn das weniger Schaden bringt dann hat das ja aber wenn jetzt pass auf da vorne sind Gegner warte ich mach den Scanner durch also jetzt wirds schwerer bitte jetzt nicht einfach unkoordiniert angreifen mhm warte ach die Seite ist schon da hinten war ja im Ausschuss ja warte ich tu einen MG reinstellen irgendwie warte mal ich probier's mal ja sag Bescheid Alter ich kanns nicht so weit werfen Moment ich muss ähm ich muss näher ran mhm Moment die schießen nicht auf mich keine Sorge Los geht's! Auf die Fresse müssen drauf, lalalalalalalala. Schnell waren die jetzt auch nicht. Müsst ihr auch noch nicht durch. So leicht. Lieber behutsam, als dass wir dann wieder alle auf die Straße rutschen. Ja, immer auf die Fresse drauf. Ja, ist so richtig. Ach, geht's kaputt, Mann. Mein Gott, dieser Drecksack, komm her. So. Wir wollten sich unbedingt so schnappen, oder? Ja, wir wollten von der Seite. Hat noch nicht geklappt, ich war eh. Bam 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 bam. So, der GPS Navi sagt, wir sollen hier rechts lang, denn rechts lang müssen wir. Ja dann, geh rechts lang. Mhm. Achtung, warte mal, hier ist noch so ein... Ich will mir noch ein paar... Japanerin, Hachi-Chi sagt, die Hachi-Bachi. Das ist so toll. Was krieg ich denn? Neue Schuhe. Hä? So ein Typ halt, ne? So ein verwundeter... Ne, nicht verwundeter. Hilfebedürftiger. Hartz-IV-Empfänger. 200 Meide. Der Onkel... Der Onkel äugelt da hinten rum. Ja. Wollen den nicht allein lassen. Komm wieder. Ne, ich komm. Na. Er kommt wieder. Dann komm mal. Schumme. Ach du, links ist wieder so ein Elektrofachgeschäft. Elektro-Teule. Okay. Hier vorne ist ein anderes... Hier vorne sind wieder... ...kontaminiertes Gebiet. Wollen wir mal gucken? Warte, Cleaner. Leider, Cleaner. Ja. Ja, die Cleaner sind jetzt oft am Start. Ich glaub wir sind jetzt einfach bloß in dem Cleanergebiet. So... Da waren die auch bei uns die Cleaner sitzt. Da stand drauf geachtet. Ne, ich glaub das ist nur in diesem Teil. Was mach ich denn hier? Ich hab keine Ahnung. Ich wollte in die andere Deckung gehen. Oh. Ja. Hat man wieder nicht gemacht. Man kennt das hier. Ja. 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 Ach, hier ist grüner Loot. Hier ist erstmal Elektro-Teil-Loot. Ja. Elektro-Teile. Elektro-Teile. Ich glaub wir waren wir schon. Weil die Kisten kann ich nicht aufmachen. Ja. Wir waren mal schon. Wir laufen im Kreis. Wir laufen im Kreis. Lalalala. Loot, loot, loot. Loot, 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 loot. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Die Ort... Ach du, ein Cleaner. Na ja, kann die schaffen auch so. Und der hat auch... Der Kreis hat ja noch nicht die Apotheke abgeführt. Ich hab ja vorhin gesagt, wir fehlen nur 40. Boah. Lelelelele. Alter. Wollt grad draufrotzen. Wir sind falsch, oder? Wir sind vom Kurs abgekommen. Ne. Hier vorne ist ne Dinges. Hier vorne ist ne Bummens. Hier vorne ist ne... Die versuchen einen vielleicht sogar deswegen umzulegen. Ja. Hab ich erlebt. In dem Fall musst du dir den Größten raussuchen und ihm in den Kopf schießen. Leg ihn einfach um, dann hören die anderen zu. Vergiss nicht. Er würde dasselbe machen, wenn er könnte. Gezielter Schuss direkt in den Kopf. Alles klar. Wenn Kinder dabei sind, ist es leichter. Ziel einfach auf das Kind, dann geben sie nach. Warum Muni vergeuden? Wenn sie nen Hund haben, kannst du drohen ihn umzulegen oder du legst ihn einfach um. Wenn du die Eier hast, kannst du ihn sogar mitbringen und braten. Wie? Wir sollen den Hund essen? Hey. Schmeckt echt ganz gut, wenn das Fleisch mager ist. Ja, das machen. Kranke Schweine. Ja, ich bin's. Keine Ahnung, wann sie mich nach Hause lassen. Du bist auf der Arbeit? Ist doch wohl nicht wahr. Hör mal, Schatz. Wir haben echt Probleme mit der Hauptturbine. Und wenn der Strom ausfällt, ist die ganze Insel am Arsch. Ich kann jetzt nicht weg, selbst wenn ich wollte. Die Army ist hier und... Fallen sie dich da etwa fest? Scheiße, Jack, geht's dir gut? Ja, bestens. Aber ich weiß nicht, wann ich hier rauskomme. Geh zu Sandy, nimm die Jungs mit und bleib drin. Ich komme, wenn ich kann. Ich liebe dich. Okay. Sie betreten einen sicheren Bereich. Ab ins Loch. Sie betreten einen sicheren Bereich. Lalalala. Hab mir nicht gerade gesehen, dass es safe aus. Nämlich ein Fall nach unten war. Hier ist es bei den Turtles zu Hause, oder? Na ja. Da. 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 Ähm. Nochmal runter? Gleichzeitig. Da. 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 Nochmal runter. Da. Ich steu' auf, hinter. Ach, dann guck mal keiner mehr. Das den kein safehaus. Der Fuli ist das. So. Dass du den feines. Auffüllkiste, yay. So, ich durche mal die Karte aktualisieren hier. So, die Typen sprechen wir ja bestimmt zusammen an. Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her, Sie wollen es nicht aus hier. Ja, die Typen. Vielleicht kommt gerade ein. Obwohl, kann ich immer noch machen. Lüft der nicht weg. Pläte da? Seid ihr soweit? Okay, dann drück ich, ich drück. Hey, gibt's irgendwas, was Sie brauchen? Ich bin Ihre Kontaktperson bei Schwierigkeiten in diesem Gebiet sein. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen eine äußerst umformende Präsenz attestieren. Ich fühle, dass Ihre positive Kraft zu einer Osmose von Energiekonvergenz führen wird. Falls ich etwas höre, gebe ich Bescheid. Schleck mir mal, ich rede dein Scheiß. Nicht schlecht. Also, by the way, sollten wir mal die Aufnahme beenden. Hm, ich sehe gerade, wie du wieder übelst. 30. Ich war auch dran. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es kurz und schmerzlos, liebe Freunde. Wir sind ja gerade sicher im Safe-House. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.